Das ist der absolute Hammer. Frisch gepimpt. Du kaufst dir deine frische Lacerati oder schnappst dir dein Starter-Set, Feeder-Set-Start und deine Rolle frisch gepimpt, hart am Limit. Also ich teste hier gerade eine Info, gerade direkt aus dem Discord und zwar hat Mavoba gerade geschrieben, Alden, ich kriege hier bei meiner Lacerati, die ich gepimpt habe, kriege ich die Bremse oder die Actionbar dann unten maximal auf 20 eingestellt und dann bin ich schon im roten Bereich. Das ist ja ein Hammer, habe ich mir gedacht. Wie kann denn Ditte bei einem ähnlichen Setaufbau wie diesen hier. Also die kleine Rolle gepimpt auf 6,5, dazu eine dickere Schnur und ein Vorfach mit 6,4 Kilo. Und trotz allem geht die Bremse nur bis 20. Nachgebaut, getestet, meine brandneue, noch nie verwendete Lacerati im Nachhinein angeguckt, nach dem ersten 1 Kilo Fisch. Und was sehen wir hier? Das Getriebe ist einfach hart am Limit. Hart am Limit, krass, geiles Dingen. Da gab es wie gesagt gerade diese Diskussion im Discord, Void and Ashes und Mavoba, die meinten, da kann doch was nicht sein. Ich musste es einfach mal nachbauen und testen. Und ja, das Getriebe kommt einfach nicht mit. Das Getriebe schafft es nicht, die Bremskraft von 6,5 Kilo, die die Rolle jetzt hat, da entgegenzuhalten. Wahrscheinlich liegt das Getriebe unter, also ein ganzes Stückchen unter den 6,5 Kilo, vielleicht ein Kilo drunter oder so. Es gibt ja noch eine andere Bremse. Und das ist auch im Großen und Ganzen gar nicht so schlimm. Der Genitor hatte das gerade noch geschrieben. Die 5,5er Bremse, die macht eh am meisten Sinn, gerade für Anfänger, weil man auch eh diese 6,5er noch gar nicht umbauen kann, wenn man unter Level 20 ist. Das funktioniert am Voltio, habe ich da auch gemacht. Alles eben schön für Silber. Man kann es natürlich für Gold machen, aber wenn man das eben nur für Silber machen will, geht das unter Level 20 nicht. Von daher, hm, vielleicht doch gar nicht so eine große Sorge. Heißt also, wenn du im Anfängerbereich bist, kannst du deine Lacerati pimpen. Also aufwerten in der Werkstatt, gehen wir nochmal rein hier ins Detail, auf 5,5 Kilo Bremskraft. Und hast damit eine deutliche Verbesserung. Und dann ist es halt einfach spannend, auch da natürlich gucken, nicht zu hoch gehen von der Bremse. Und vielleicht einfach mal einen Blick behalten. Getestet haben wir das jetzt natürlich noch nicht, wie es ist mit einem 5,5er Aufbau. Ist natürlich auch nochmal spannend. Mavoba meinte, ja, er würde das mal testen mit einem 5,5er. Aber ich bin echt gespannt, vielleicht schreibt er das ja unten im Discord auch noch mit rein. Der Link zum Discord unter diesem Video. Wie ist es bei dir? Was macht deine Route? Was macht dein Set? Hält es Stand? Wie sieht es beim Brassenkloppen aus? Das ist natürlich so der wichtige Punkt. Viele haben es wahrscheinlich schon umgebaut. Einfach vielleicht mal unten auch hier unter das Video schreiben, wie es da aussieht. Ich habe gerade schon reingeschaut. Es gibt nicht so wirklich viele Rollen, die in diesem hochwertigeren Bereich sind. Das heißt, diese ganzen Rollen mit dieser 1, 2 Sterne Wertung, 2,5 Sterne Wertung, das ist höchstwahrscheinlich alles nicht so das Gelbe vom Ei. Das bedeutet, sobald man da natürlich eine Komponente verändert, verschleißen automatisch die anderen Komponenten von diesen 0815 Sets. ist natürlich ein bisschen hart. Ich gucke noch mal gerade, was jetzt hier passiert. Ich habe hier noch mal eine Kartoffel reingeschmissen. Ich hoffe hier jetzt auf einen fetten Drill. Und dann schauen wir mal, wie sich das auf den Verschleiß jetzt gleich auswirkt. 0,2% war ein Fisch. Das ist natürlich schon heftig. Auf den anderen Komponenten gar nichts. Und ich hoffe, dass es dann hier gleich ordentlich noch mal reinrasselt. Bäm! Und da geht er rein. Oh ja, genau den wollten wir haben. Sehr schön. Wir gucken noch mal schnell rein. Das hier. Ach, wir haben sofort schon 1% mehr. Wir waren gerade bei 0,2% und jetzt sind wir hier sofort im Verschleiß. Richtig schön. Endlich ein dicker fetter Brocken. Ich hatte die ganze Zeit rumprobiert, habe nie was Dickes rangekriegt. Jetzt endlich ballert mal was Schönes rein. Sehr gut. Ja, das ist natürlich jetzt spannend. Das heißt, wir haben jetzt hier die gepimpte Lacerati, die eigentlich jetzt normalerweise, also ich sage mal, eine normale Rolle würde ja jetzt die Bremse sozusagen schön Stück für Stück verschleißen. Und wir gucken hier noch mal wieder rein. Gewurstfingert hier. Da, 0,3% sind wir immer noch. Nein, ausgeschlitzt. Nein! Ich hätte sie gerne jetzt so richtig schön geschrabbelt. Nein! Naja. Okay. Oh, 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 oh. Alter. Aber was sehen wir? Nach so wenig Drill. Nach so wenig Drill. Also. Ist ja krass. Wir müssen ja mal eben, gehen wir mal ins Detail hier. So. Da ist sie. Da ist sie. Also. Die olle Lacerati ist ja jetzt gepimpt auf 6,5. Von ursprünglich 4 Kilo auf 6,5. Heißt also, das gesamte Gerät super leicht ausgelegt und jetzt auf einmal eine ganz dicke, fette Bremse da drin, viel dickere Schnur drauf und so weiter und so weiter. Bedeutet also für diese arme kleine Lacerati. Kopf ab. Das ist einfach zu viel für das Gerät. Also, Getriebe ratzfatz hoher Verschleiß. Kugellager geht auch ziemlich schnell hoch mit dem Verschleiß. Heftig sogar. Und sogar die Bremse. Auch da, zack, sofort hier den Verschleiß auch mit drauf. Hm. Schwierig das Ganze. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie gesagt, zu testen bleibt eben auch noch das 5,5er Pimpen. Das ist, glaube ich, im Moment das Sinnvollere, wenn man halt so ein bisschen mehr in den Verschleiß auf die Bremse geht. Was man eben auch wieder entspannter erneuern kann. Was vielleicht nicht so teuer ist. Ich meine, letzten Endes, wir sind hier beieinander sehr herzlich. Das Ding kostet insgesamt nicht so viel. Weder das Pimpen noch das Reparieren kostet nicht viel. Aber man will es ja auch nicht ständig. Und ich denke, mit einem 5,5er Pimpen ist man da auf einem ausgewogeneren Level. Das heißt, alles in allem passt besser aufeinander. Und dann, wie gesagt, lieber so ein bisschen mehr in die Bremse gehen. Anstatt, dass man hier ratzfatz sofort auch das Getriebe verschleißt. Das eigentlich nur so zur Info. Ganz kurz. Ja, Petri in Lümmels. Gerade, wie gesagt, auch im Low-Level-Bereich. Lasst euch davon nicht abschrecken. Wenn ihr auf Brassen geht und Co. Einfach, wie gesagt, in Richtung 5,5. Oder gar nicht pimpen. Und einfach sparen auf die Alpha oder die HSV. Die soll es ja jetzt auch schon ab Level 20 geben, die HSV. Von daher, zieht raus die Brocken. Bis zum nächsten Mal. Gerne einen Daumen da lassen. Den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns im Livestream auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.